Moin moin und hallo! Heute möchte ich euch zeigen, was viele oft vernachlässigen und zwar das regelmäßige Matratzenwenden. Man sollte es jedes Quartal einmal erledigen, denn durch das Matratzenwenden gibt es eine gleichmäßige Abnutzung, es werden ausgeprägte Liegekuhlen vermieden und die Durchlüftung der Matratze und Vermeidung von Feuchtigkeitskonzentrationen wird dadurch vorgebeugt. Also schaut her! Es gibt ja vier Sachen, die ihr dort beachten müsst. Einmal in der Längsachse wenden, einmal in der Querachse. Jetzt haben wir eine Wendung vollzogen bei der einen Matratze und nun lasst uns zur anderen gehen. Dort wird jetzt eine andere Art der Wendung vollzogen. Am besten ihr merkt euch jedes Mal, wenn ihr euer Bettwarenzeug ändert, also das Plummer etc. neu überzieht, dann solltet ihr einmal eure Matratzen wenden. Einmal über Kopf und einmal nur in der Rolle. Wendet dies zyklisch durch und ihr kommt auf viermal Wenden im Jahr und habt am längsten an eurer Matratze Spaß. Sehr schön, ganz simpel, nicht vergessen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon soon!